Und eine zwei Und eine zwei Und eine zwei Oh shucks, ich kann nicht tanzen die was halt nur ein attack point haben und dadurch vom hopgoblin dann gebufft werden das haben wir jetzt gleich mal im ranked modus ausprobieren ja gestern war in einem päckchen der zweite hopgoblin naja und jetzt kann ich mal so eine legit decke mal präsentieren we must protect the world your soul shall be mine mkay no hopgoblin wir sind einen tag vor dem blackrock release btw das wird aber wahrscheinlich erst später released werden was ich jetzt aufnehme aber die spannung ist da und die blackrock warten natürlich noch nicht das ist einmal soweit klar hm zonbichau hm hm ta 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 hat ja doch glatt zonbichau ja glückliche der uiuiuiuiui am Anfang des Monats spielten man natürlich auch sogar in so einem levelbereich gegen Lettli wo sie häufig gut sind hm 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 p ne ne hm ne Ich muss damit rechen, dass es so ein Blödsinn kommt. SNAKES! Ich kriege ihn, wenn ich sonst gerne wink. Ich muss helfen, dass ich noch mal rauskomme. Ich kann gar nichts bringen. So weit weiß ich es mir. Ciao, beastie! Jetzt habe ich natürlich den schon rausgeschmissen. Ich brauche ihn aber wahrscheinlich gegen ihn natürlich nicht. So ein Ruff, oder was? Naja, Ruff. Ich brauche ihn aber allerdings noch gegen gewisse andere Sachen. Hm... Naja, also... Ich muss den Taunt healen. Ich würde eigentlich lieber gerne den Masters War zu healen. Aber ich muss den fast healen. Hört gar nichts. Das ist natürlich Hammer, ne? Ich mein... Wer hätte nicht gerne einen neuen Thron, den er 3-4 hat. Unterschied. Ja, 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 ja. Und Wildgrove, sehr gut. Das heißt, er hat keine Antwort mehr drauf. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen überraschend für ihn, dass das so gekommen ist. Und wir werden jetzt mal das Maximum rausholen. Die anderen Karten kann ich eh noch immer spielen. Aber... Wir werden jetzt mal das Maximum... ...aus den Hauptgabeln rausholen. Ich kann dich sehen. Hahahaha... 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 Danke. Also, wie oft das mir das jetzt schon passiert ist in den letzten Games. Darum nehme ich das jetzt auch auf. Hahahaha... Das ist einfach sensationell. Ich mein... Ich hab's schon mit dem Krieger probiert, ja. Aber mit dem... Ähm... Also mit dem Krieger war schon lustig. Aber da hab ich halt nicht nur so niedrige Karten, aber mit dem... Warlock mit dem Hexenmeister ist echt einfach nur lustiger. Hahahaha... Unglaublich. Wie oft da die Leute aufgegeben haben. Wahnsinn. Sooo... Kürz da ein bisschen noch die Zeit ins Auge nehmen, nachdem wir das mal... ...den letzten... Aufnahmen nicht ganz so geglückt ist, dass ich da irgendwie ein bisschen ein Auge drauf hab. So... Bisschen wieder die Uhr stellen. So... Gut. Schauen wir uns das nächste Game an. Ahhhh... Gutes Material. Jetzt fehlt nur noch der Hopgoblin. Ahhhh... Ich hab zum Beispiel so... So... U-Stack mit Pala. Das ist zum Beispiel auch was, wo Hopgoblin gut reinpassen wird. Weil dabei sonst nicht so viel. So... So... Unsere Minions. Mhm. Gut. Ähm... Dann wird er... Sein... Hero Ability nehmen... Na ja, das machen wir. Hallo, hallo, hallo! Ich denke... Ich denke... Interessant. Hm, will ich Mistress of Pain oder will ich Alkylite of Pain? Was kommt auf jeden Fall Pain? Oder zeige ich Karten noch. Ich wundere... Ich glaube, sie ist echt nicht rausgegangen. Er hat sich verzöhnt. Ja, Hopgoblin! Nächste Runde Hopgoblin. Alles klar. Das wird sie immer Karten machen. Boaang! Us-Hopgoblin-Runde! Wahnsinn! Ich sehe da schon die krassesten, krassesten, die krassesten Möglichkeiten kommen. WUSCH! Wenn es nicht ein Mage war, dann würde ich sagen, das ist schon wieder Konzid. Wieso nimmt der nicht mit seinen... Was soll's? Gut. Hopgoblin! Wieso? 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 So, den werden wir sicher nirgendwo reinwerfen. Wieso? 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 Das hat Wieso? Wieso? Although meine So, ich würde mal sagen, ich könnte mir auch mit den Hauptkoppeln trotzdem noch. Auch wenn da jetzt noch nachhören, wenn wir was. Flamestrike kommt. Ist mir das relativ wurscht. Also das weiß ich mir im Endeffekt eh schon, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch irgendwas kommen kann. Jawohl, danke! Oh Gott! Ich will jetzt schon wieder sein Offensive-Feld-Plate machen. Was? Was? Bitte? Wieso machst du denn über? Junge! Äh... Ja... Ja, es gibt ja Leute, was einfach... Vielleicht gerade aufgestanden sein oder so... Vielleicht... Vielleicht sind sie nicht ganz so... Was denn Hop-Koppel-Liege? Ja... Ist kökig vor! Nicht für mich! Ich steh noch drüber! Holy crap! Es geht einfach... Es geht einfach so extrem dahin mit so einem Deck. Das ist ein Wahnsinn, he! Da kriegt man auch nicht... 3 Games vielleicht in einer Viro-Stunden zusammen. Vor allem 3 Winds in einer Viro-Stunden zusammen. Vor allem 3 Winds in einer Viro-Stunden zusammen. Das ist echt einfach nur... Abartig! Gul'dan! Vers... Gera! Victory! O Zett! Deine Seele wird mir sein! Boah! Bitte, Uyda! Ein Hop-Goblin! Ich mein, das kann ich fast nicht hergeben da. Das ist ein... Traumhaftes Deck! Also ein Traumhaftes Draw! Traumhaftes... Erstes Blatt! Quasi... Was man sich ziehen kann. Hm... Tja... Armour... Armour... Made to fit! Armour... Made to fit! Hm... Ich habe schon super, extrem gute Varianten, was ich machen könnte. Ich werde jetzt mal mit Drawn machen. Da ist er wieder, der Hauptgoblin! Goblin, schwebt mich! Geht mir zu mir! Aber er hat einen Gegner schon da, das ist wohl noch Hauptgoblin im Deck aus. Also zumindest kommt es mir so vor. Runde 4 konnte ich da zumindest was machen. Tüdel tü. Tüdel tüdel tü. Na ja. Dann leg ich die Runde 4 hin. Ich würde sagen, geh mal auf Alkoholette aufbauen, oder? Nein, 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 er wird wahrscheinlich irgendwas mit irgendeinem crazy-crazy... Aha! Okay. In Ordnung. Okay, das wird jetzt interessant. Also das hat er extrem gut gehört. Und er kommt jetzt an durch meinen Taunt durch. Ich kann jetzt nicht Hopgoblin spielen. Ich spüre ihn natürlich ziemlich gut in die Karten, dass er da... Ich spüre ihn natürlich ziemlich gut in die Karten, dass er da... In die Karten nicht mehr aufbauen. Ja, ja! Wir haben da schon wieder aufbauen. Ich sehe dich! Ich habe keine Zeit für die Gäste! Naja, das ist ein ähnliches Kriegerdeck, glaube ich. Ich denke, dass ich mich überhaupt kogele. Entweder Huss... ...oder ein neuer Thron. Bringt mir der ein neuer Thron überhaupt was? Ich glaube nämlich nicht. Wer sitzt noch mit irgendeinem Clan? Nein, bringt mir nichts. Why do you talk? Guess the end is close. Oh, ja. Ich glaube, ich habe zu holen, das war schon. Das war's. Tja, ladies and gentlemen. Das war's. Das war's. Moment mal. Ich habe nur ein neuer Thron. Okay. So many possibilities. So many possibilities. Hello, hello, hello. Please. Mhm, 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 mhm. Dann geben wir mal den weg. So, und jetzt legen wir den Arsch. Okay, weiss. Okay, weiss. Okay, weiss. Ehhh, weiss. Wir brauchen nur... Ich muss nur einen Weg kriegen. Ähm... Jetzt holen wir ihn jetzt weg. So, und jetzt legen wir den Archer-Defender hin. Waffen und Restos mit Tendor. S und ich bin eigentlich leicht im Vorfeld hat Prozent der Kau Come on... come on... come on... Alter, come on... echt... Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott... Lucky Bastardo! Wahnsinn... So viel Glee... Und so viel Taunt... Hm... 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 Zeig trotzdem, was hier ist das? Ich meine, ich habe ja nicht zu wenig Taunt drin, aber trotzdem, das ist so richtig geschissen. Eieieieiei... Come on... Come on... come on... Wah, grommasch... Oh... Das macht mir eigentlich nichts aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, bis jetzt kannst du mir das noch nicht ergänzen. Jetzt hast du einen Rage da... Schön... Ah, schön sein... Ich kann mir nichts sagen... Er hat es gespült. Wuh, 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 wuh... Tja. See you